Super schön, dass du auch bei dieser Folge wieder mit dabei bist, denn wir haben was zu feiern. Mit Veröffentlichung dieser Folge ist dieser Podcast genau ein Jahr alt. Ich bin da auf jeden Fall total aus dem Häuschen drüber und finde das ist ein super Anlass, dir mal ein paar spannende Einblicke hinter die Kulissen dieses Podcasts zu geben. Ganz besonders dahingehend, wie es weitergehen wird, was ich mir für das nächste Jahr vorgenommen habe und was es alles Neues geben wird. Und natürlich darf ein nostalgischer Rückblick nicht fehlen. Und damit dir und mir da jetzt nicht gleich die Tränen kommen, gibt's das gespickt mit ein paar knallharten Zahlen, Daten und Fakten und Highlights, die du hoffentlich in nun genau 38 Folgen nicht verpasst hast. Und wenn doch, dann ist das jetzt ein ganz guter Zeitpunkt, die einfach nachzuholen. Starten wir gemeinsam mal damit rein, wie es überhaupt zu diesem Podcast gekommen ist. Wieso gibt's den? Und den gibt's aus einem sehr, sehr guten Grund. Du weißt ja, der Name meiner Firma heißt die Projektmanagementbotschaft. Und da steckt nicht nur Botschafter als Rolle drinnen, die ich innehabe und mit der ich mich positioniere, mit der ich Projektmanagement, eine Stimme und ein Gesicht geben möchte, sondern da steckt auch Botschaft drinnen. Und der Podcast ist ja als Medium für genau das super prädestiniert. Hab auch ich mir gedacht und losgelegt. Im Schnitt veröffentliche ich nun seit einem Jahr ziemlich genau drei Folgen pro Monat. Und du, ihr habt es geschafft, in die mittlerweile fast 12.000 Mal reinzuhören. Das ist für mich völlig überwältigend, denn da dahinter stecken auch fast 3.000 Abonnenten. 2.847 sind es genau in der Sekunde, wie ich das hier einspreche. Nichts liegt also näher, als an der Stelle mein mega fettes Dankeschön von Herzen an dich zu richten, an euch zu richten, und zwar mit Stolz, geschwollener Brust und Demut, denn der Podcast wird mittlerweile in 24 Ländern gehört. Danke für all euren Support, das muntere Weitersagen und Empfehlen, das macht mir richtig Spaß, von euch Feedback zu bekommen, tiefergehende Fragen zu bekommen, ins Gespräch zu kommen und das dann wieder aufzugreifen, beispielsweise für das mittlerweile eingeführte Format nachgehakt, wo ich eure, deine vertiefenden Fragen aufgreife, beantworte und wiederum mit allen Hörern und Hörerinnen teile. Das ist eine extrem schöne Dynamik, die sich da eingestellt hat und wie gesagt, die mich einfach nur stolz und manchmal regelrecht sprachlos macht. Wenn ihr also mal eine Woche nichts von mir hört, dann wisset, ich denke drüber nach, wie ich eigentlich mit all dem umgehe. Noch ein bisschen was für die Techies unter uns. Interessant ist auch für mich, dass 50% aller Aufrufe dieses Podcasts über Spotify kommen. Rang 2 teilen sich Apple und Google, die sind gleich auf, aber weit dahinter. Wo Spotify fast 6000 Aufrufe hat, sind es Apple und Google, die es jeweils auf anderthalbtausend bringen. Und deine, eure Lieblingsfolgen sind, wenn wir mal alle 38 anschauen, die Projekt-Kick-Off-Folge Teil 1 und 2, was vielleicht auch daran liegt, dass das natürlich fast die ältesten Folgen sind. Die wurden weit über 1000 Mal mittlerweile angeklickt und zeigen mir, dass das ein super guter Start auch für diesen Projektmanagement-Podcast war, weil die meisten Projekte genau dort starten, nämlich mit dem Kick-Off. Die beliebteste Vorlage zum Runterladen habt ihr als die Zeitplanvorlage aus Folge 11 identifiziert. Wenn du die verpasst hast, hör nochmal rein, schau nochmal rein in die Shownotes, besorg dir die Vorlage, denn nur so viel vorab, das ist mehr als nur ein Zeitplan. Damit erschlägst du mehrere Fliegen mit einer Klappe. Das beliebteste Schaubild wiederum, in dem ich mehrere Dinge zusammengefasst habe, ist das der Projektplanungsphase. Dieses Schaubild zeigt den klassischen Weg im klassischen Projektmanagement hin zum, ich sag's mal in Anführungsstrichen, perfekten Zeitplan. Dass es keinen perfekten gibt, wissen wir beide, dass der steten Änderungen unterliegt, wissen wir beide. Doch wie kommst du denn zu deiner allerersten Baseline, ohne dass die einen Tag später, eine Woche später, einen Monat später schon wieder komplett umkippt und anders aussieht? Denn dein Zeitplan soll dir Orientierung geben. Dieses Schaubild bekommst du, wenn du dir Folge 22 nochmal anhörst, beziehungsweise dort in die Shownotes reinschaust. Themen, mit denen wir uns neben dem Kick-Off, neben dem Zeitplan, neben der Planungsphase noch beschäftigt haben, sind Dinge wie Stakeholder-Management, genau wie Problemlösungstechniken, Anforderungen zu strukturieren, andere für dein Projekt und deine Sache zu gewinnen, situationsgerecht zu führen, Risiken clever zu managen, Rollen und Verantwortlichkeiten sinnvoll zu strukturieren, Bottlenecks im Projekt zu identifizieren und aufzulösen, genauso wie Zeit und Kosten vernünftig zu schätzen, Vertrauen aufzubauen, mit Dauerstress im Projekt umzugehen und nicht zuletzt im Status-Review-Meeting zu brillieren. Wenn ich auf diese Themen und all die Minuten, all die Stunden wahrscheinlich, man müsste es mal zusammenrechnen, ich müsste es mal zusammenrechnen, Tage, die da zusammenkommen an Material, wenn ich darauf zurückblicke, dann merkst du auch, warum ich da so stolz drauf bin, da ist richtig was entstanden und zwar nicht so beliebig, sondern das folgt alles einem roten Faden. Wenn du von Anfang an dabei bist, weißt du, das ist ja ein Tutorial-Format, also mein Anspruch ist, dich Stück für Stück in deinem Projekt zu begleiten. Du steigst genau dort mit dem Thema ein, wo du gerade mit deinem Projekt stehst, bringst Zettel und Stift mit in den Podcast, scribbelst mit, zeichnest die Modelle und Diagramme auf und nimmst das, was in zwischen 10 und 30 Minuten hier im Podcast entsteht, sofort mit in deinem Projekt, um es dort anzuwenden, zu teilen, zu brillieren, zu glänzen und vor allen Dingen Wirkung zu entfalten, Wirkung zu entfalten, damit dein Projekt erfolgreich wird. Und um dir daran anknüpfend einen Ausblick zu geben, an diesem Ansatz, an dieser Grundhaltung, warum ich den Podcast mache, für wen ich den mache und was ich damit erreichen möchte, was ich möchte, dass wir, du, damit gemeinsam erreichen, daran wird sich nichts ändern. Also diesen roten Faden werden wir zum einen fortsetzen und dein Projekt sauber abschließen und zum anderen möchte ich sogar noch den Lerneffekt und den Erfahrungsaustausch intensivieren. Was ich vorhabe, ist, Persönlichkeiten mit in diesen Podcast hineinzunehmen, die mich beeinflusst haben und heute noch beeinflussen und mit denen in den Austausch zu gehen, mit dir zu teilen, wie haben sie mich beeinflusst, was hat mich beeinflusst, was ist daraus geworden und was daran könnte nützlich für dich sein. Ich gehe also mit diesen Persönlichkeiten in Interviews, wobei, ha, ich bin kein großer Fan von Interviews, sei gespannt, wie ich vorhabe, mit diesen Persönlichkeiten in einen Dialog zu gehen. Das Format wird wahrscheinlich ausgetauscht heißen und knüpft damit an, an das Format nachgehakt, was du ja schon kennst, wo ich deine, wo ich eure Fragen beantworte, die vertiefend im Anschluss an die Folgen aus dem roten Faden mich erreichen und uns gemeinsam ermöglichen, von mehreren Blickwinkeln auf das Thema, über das wir schon gesprochen haben, draufzuschauen. Und ich habe mir sogar noch ein weiteres Format überlegt, und zwar möchte ich, dass ihr meine Fragen beantwortet. Ich möchte Fragen stellen oder eure Fragen aufgreifen und weiterleiten. Und mein Netzwerk, das sind auf LinkedIn mittlerweile 14.000 Personen aus dem Bereich Projektmanagement im deutschsprachigen Raum, die aufrufen, auf diese Frage zu antworten mit einer Sprachnachricht. Mal gucken, wie ich es mache, auf WhatsApp oder Signal oder mal schauen. Ich möchte auf jeden Fall ganz verschiedene Antworten aus meinem Netzwerk einsammeln und dann als Kommentare aneinander rein, gegebenenfalls noch, wenn nötig, kommentieren und dir als Zuhörer und Zuhörerin somit noch ein viel breiteres Spektrum an Antworten, an Lösungsmöglichkeiten, an Erfahrungswerten zu dieser einen Kernfrage zu erhalten und somit deinen Nutzen aus diesem Podcast maximieren, die Inspiration, die du bekommst, die Ansätze zu vervielfältigen. Der Arbeitsname dieses Formats heißt im Moment durchgefragt. Ob das dabei bleibt, weiß ich noch nicht. Die Intention, denke ich, ist dir aber klar. Ich möchte die Power meines Netzwerkes nutzen und für dich nutzbar machen. Ich lade dich einfach jetzt schon mal ein dazu, nämlich dazu, dass du mir Fragen schickst, die dich im Moment beschäftigen und die ich dann aufgreifen kann, um es mit dem Netzwerk zu teilen, Antworten einzusammeln und dir eine möglichst breite Bandbreite an Antworten, Lösungsmöglichkeiten und Erfahrungswerten mitzugeben. Das ist auf jeden Fall super spannend. Startet erst mal das Experiment und wenn euer Feedback genauso gut ist wie das bisherige, dann wird das sicherlich ein Format, was sich absolut etablieren wird. Du siehst, ich experimentiere jetzt einfach mal ein bisschen rum mit dem Medium Podcast und gucke, wie wir das meiste da rausholen können. Worüber ich auch nachdenke, ist, einen YouTube-Channel aufzumachen und mehr über das Video-Format zu kommunizieren. Wie das genau ausschauen wird, weiß ich noch nicht. Mein Ziel ist auf jeden Fall, dass du mich noch ein bisschen greifbarer bekommst und dort visuell unterstützt etwas für deine Projekte mitnehmen und lernen kannst und mich damit vielleicht sogar noch einen Ticken besser kennenlernst als nur über das Audio-Format. Ich schätze mal, ich nutze die Sommerpause, um mir da ganz detaillierte Gedanken drüber zu machen, damit das kein Abklatsch von dem wird, was wir im Podcast machen, sondern wirklich eine Ergänzung, die dich, die mich und das Thema Projektmanagement richtig boostet. Und boosten ist auch ein richtig guter Begriff und eine schöne Überleitung zu dem, was mich aktuell beschäftigt. Da gebe ich dir mal ein paar Einblicke in mein aktuelles Schaffen. Du kennst mich ja, mein Anspruch ist, dass Folgendes genau nicht mehr passiert, nämlich, dass du den Satz hörst in einem Projektmanagement-Training, das wird jetzt zwar trocken, aber da muss man halt durch. Genau das ist das, was ich nicht möchte. Genau das ist das, wo ich Projektmanagement rausholen möchte, als Botschafter für zeitgeistig modernes Projektmanagement. Und wenn du mich kennst, weißt du wahrscheinlich auch, dass ich als Botschafter und mit meinen Botschaften auch recht kreativ auf LinkedIn unterwegs bin. Dort verfasse ich Beiträge, Artikel, kommentiere fleißig, gebe Einblicke in meine aktuellen Projekte, teile mein Wissen, was man halt so auf LinkedIn macht. Und was, mittlerweile sind es, wie gesagt, 14.000 Leute, die mir da folgen, nicht alle toll finden, nicht alle toll finden können. Und das ist auch okay. Wobei, was nicht okay ist, ist, dass ich teilweise richtiggehende Anfeindungen und offene Ablehnung über die Kommentare unter meinen Beiträgen bekomme. Da wird mir zum Beispiel vorgeworfen, ich würde die Innung, die es nicht gibt, für Projektmanagement, für ProjektmanagerInnen beschmutzen. Und ich könnte auch Projekte nicht von Prozessen unterscheiden. Und man könne klassisches Projektmanagement und Agilität nicht einfach verbinden. Das würden nur die behaupten, die sich nicht auskennen. Hybrides Projektmanagement ist ein Mythos. Und naja, ich habe dazu halt eine andere Erfahrung. Ich bin jetzt seit 15 Jahren, jetzt werden es bald 16, in Projekten unterwegs, war in vielen Branchen, habe auf zwei Kontinenten gearbeitet, bin mit ganz, ganz vielen Leuten in dieser Branche im Austausch, habe Zertifizierungen hinter mir, gebe selber Trainings, bin in Beratungsprojekten aktiv, bin Sparingspartner und Coach für andere in Projekten und habe mir jetzt überlegt, ich nutze diesen Gegenwind einfach und wandle den in Rückenwind um. Was wir machen ist, wir feuern eine Workshop und Webinarreihe ab. Und zwar zum Thema, was ist modernes Projektmanagement? Wie geht das modernes Projektmanagement? Darin will ich auf jeden Fall mit Mythen und weitläufigen Irrglauben aufräumen. Ich will ganz tief in die Praxis reinschauen, wie es in Projekten wirklich läuft und nicht nur rezitieren, was in Lehrbüchern steht. Ich möchte mit euch gemeinsam reflektieren, wo steht Projektmanagement heute und was bedeutet modernes Zeitgeist, die Projektmanagement? Wie gelingt uns das darin, erfolgreich zu sein? Der Start des ersten Webinars wird der 15.07. sein. Notiere dir das schon mal gerne im Kalender. 17 Uhr soll es losgehen. Wie lange? Ich habe noch keine Ahnung. Ich packe dir auf jeden Fall mal einen Calendly-Link hier in die Shownotes. Und wenn du dabei sein möchtest, meldest du dich über den Link einfach an, reservierst dir schon mal einen Platz. Das ist für dich als Podcast-Hörer, Hörerin natürlich kostenlos. Und wir versuchen uns dann in diesem Webinar mal an einer neuen, modernen, zeitgeistigen Definition von Projektmanagement und Projekten. Und beleuchten beispielsweise auch, warum die letzte Phase in Projekten in den meisten Fällen eben kein Abschluss ist und wir uns genau deshalb auch so schwer mit dieser Abschlussphase tun. Genauso wie wir uns ansehen werden, warum heutige Umfragen zeigen, dass die meisten Projekte tatsächlich als Hybrid, also als Mix aus klassischen Projektmanagement-Methoden und Methoden aus der Agilität gemanagt werden und wie diese gemanagt werden. Du siehst also, nicht nur emotional, sondern auch mit den Formaten nehme ich jetzt so richtig Fahrt auf, habe mega Lust, das Thema Projektmanagement weiter als Stimme und Gesicht zu vertreten und aus der Krise zu verhelfen zu neuem Glanz. Auf das Du und eine ganz neue Generation von erfolgreichen Projektmanager innen so richtig brilliert. So, und damit würde ich sagen, haben wir mehr als einen Grund, nicht nur das Jubiläum zu feiern, sondern auch richtig was zu feiern, dahingehend, was wir gemeinsam angehen, was wir gemeinsam gestalten und wie wir am Ende des Tages einfach erfolgreiche Projekte managen werden. Dazu geht es in der nächsten Folge, dann Hashtag 32, weiter mit dem Thema Konfliktmanagement und Konfliktlösungstechniken. Wir sind also immer noch in der Umsetzung deines Projektes. Da poppen Konflikte häufig an allen Ecken und Enden auf, tarnen sich auch mal gerne mit anderen Begriffen wie Risiko oder Störung oder Stress. Wir nehmen das mal gemeinsam auseinander und darauf freue ich mich jetzt schon sehr. Wünsche Dir in der Zwischenzeit, bis diese Folge rausgekommen ist, viel Spaß beim Reinhören in ein paar weitere Folgen. Gerne die, die ich auch hier angetriggert habe. Das sind die beliebtesten. Die haben den meisten von uns geholfen. Die willst Du nicht verpassen. Und vielleicht sehen wir uns ja gemeinsam im Webinar am 15.07. zum Thema So geht modernes Projektmanagement. Und damit verabschiede ich mich wie gewohnt mit den Worten Auf zur Brillanz!